Schloss Rheinfels Ein Burghotel voll Zauber, der berührt Schloss Rheinfels, das Juwel vom Mittelrhein Für Wellness, Urlaub, Business trete ein Wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter spätig Neues bringt Im Zeitgeist einzigartig, wie wir sind Wie wir sind Ein Bild von einer Burg, ein traumhaftes Hotel Eine Landschaft, die wir fühlen, die Genuss verspricht und hält Egal ob Tagung oder Wellness, die Kulinarität ist Fühlen sie sich wohl bei uns im Traumschloss mit Gefühl Schloss Rheinfels, das Juwel der Lohenlein Auch Dichter, Denker reisten schon herbei Traumfieder, Sehn auf zwei Zum Welterbe gekürt ist es romantisch